hallo und herzlich willkommen zu einem neuen tekken 8 online match video mit lydia sobjeska und es geht sofort los und der erste gegner wg round one we're cooking fight run yeah 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 yun he round two fight two shih 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 shi shih 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 Was ist das? Oh, man. Okay, nicht mehr. Das war's. Das war's. Das war's. Die Leute. Das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Scheiße, ich hab verloren durch Dummheit. Warm werden, warm werden. Natürlich, er wittert seine Chance. Oh. Come on. Okay, ich hab ihn, aber ich muss schneller sein. Ich hab ihn. Okay, ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Das war's für heute. Wow. I don't need to come here. Okay. You win. So. Come on. Round one. Fight. C'mon. Yeah. Yeah. They got him. Lander, Lander Lander, Lander Ach ja, verdient verloren, weil ich es mechanisch nicht hinbekommen habe. Scheiße. Oh, da habe ich mein Panetisch hinbekommen. Man, man, man. Puh, okay. Okay, das war unser erster Fall für die Session. Dann sehen wir uns beim nächsten. So, meine Damen und Herren, unser nächster Gegner ist ein... Wer ist es? Oh man, das dauert jetzt. Ist das jetzt Übersee oder war wir Monsieur Schwarz? Was ist denn? Ein Paul. Das müsste für mich eigentlich okay sein, aber hey. Wollen wir mal gucken, wie wir das wuppen. Nein? Route 1. FIGHT! Was ist das? Ja! 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 Mein Gott, das ist ja ein ziemlicher Blockfight hier Okay, er macht das selbe Er hat das selbe Okay, er mesht das selbe Er mesht das selbe, okay Okay Er macht das selbe Okay Okay Das war's für heute. Ah, weg von dem. Oh, mein Gott, ist der nervig. Ich will mal dasselbe. Oh, er will nochmal. Okay. Let's cut it that game. Fight. Ich verstehe den Typen nicht, aber ja. Nette. Okay. Oh, jetzt geht die Scheiße wieder los. Greif sie tot. Ja, komm. Weg mit dir. Ich hab keinen Bock auf dich. Tschüss. Meine Güte. Das ist echt. Das ist echt was. Okay, Leute. Kurze Pause. So, meine Damen und Herren. Jetzt geht's um Punkte. Und da haben wir natürlich schon Lars. Der Paul, der war mir echt penetrant. Krieg in den Sieg. Nicht so wirklich ideenreich. Naja. So haben Paul auch gut, ne? Der Paul, der war mir echt nicht. So, ich bin ich. So, ich bin ich. Das war's für heute. Gut. Overhead ist so ziemlich die richtige Entscheidung, wie du da in dercke machen kannst. Okay. Okay. Das geht noch. Noch geht das. Mann, Mann, Mann. Es wird ganz gut drauf. Was? Ihr habt doch nichts zu verlieren. Ich habe was zu verlieren. Okay, gut. Dann schauen wir mal weiter. Okay. Nächster Gegner. Mal gucken, was das ist. Noch ein Lars. Und da ist noch WLAN. Eigentlich wieder auch eh. Okay, dann wollen wir mal. Ich bin lahm. Okay, das tut es nicht. Das tut es nicht. Das tut es nicht. Ich bin lahm. Ich bin lahm. Ich bin lahm. Danke. Ach, der macht einen Kick? Ich dachte, der dreht sich nur um. Ich bin in der Spiel, ich bin in der Spiel. Ich bin in der Spiel, ich bin in der Spiel. Wow. Armor, Armor, Armor. Ey, immer diese Armor-Krake. Ah, das ist unfassbar. Ich komme gerade damit nicht klar. Das ist für einen Herrschuh gemacht. Das war's für mich. Ich hab dich! Mein Gott! Das kann doch nicht eingehen! Das ist so... Ah, das ist so komisch. Das ist alles Mitte. Natürlich! Ey, natürlich, Alter! Wow! Schaden. Oh. Okay, das war... Das war straight. Okay? Okay? Two! Kiel! Oh! Ah! 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 Mann, Mann, Mann. Das ist ein Typ. Das ist ein Typ, Alter. Er hat auch. Das ist ein Typ, Alter. Das ist ein Typ, Alter. Das ist ein Typ, Alter. Das ist ein Typ. Das ist ein Typ, Alter. Das ist ein Typ, Alter. Das ist ein Typ, Alter. Okay, meine Damen und Herren, unser wahrscheinlich letzter Gegner für dieses Video. Oh Mann, das wird jetzt was. Mighty Ruler. Okay, das war straight. Okay. Okay, er versucht immer wieder, er versucht immer wieder das. Ich muss ein bisschen anders hervorrufen. Also, da noch bin ich sicher. Da noch bin ich sicher. Ja. 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 Begonnt. Begonnt. Alter, Alter. Ja, mit Jhin hat sie auch eine gute Beziehung, weil sie ja beide die Jhin Kampfsport ausüben, aber verschiedener Stile. Ich würde mal so sagen, der Jhin ist hier... Okay, Jhin hat sie aus, aus mid-range. Okay, okay, okay. Nee, da war er der. Wow, das geht so weit, ey. Ich vergesse es immer noch. Und der Kick. Scheiße. Ich mach jetzt immer derselbe. Okay, ich versuch jetzt immer derselbe. Oh, das ist schwierig. Round 4. Fight. Okay, verschwendest du jetzt schon deine Rage. Obwohl du noch... Okay. Ersetzt auch Fies, okay. Wenn er getotten ist, garantiert. Final Round. Fight. All right. Oh, war er da, ja. Ah, okay. Das hat's. Ein Hin und Her wird das jetzt sein. Oh, Mann. Der ist penetrant. Der ist penetrant wie sonst was. Der kann nix. Aber... Der kann nix. 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 Dieser scheiß Scissor-Kick. Deo. Och Gott, ey. Ich verkack's. Ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Echt. Da fehlt mir echt noch die Expertise. Na ja. Ich glaube, hier geht's langsam los, dass ich... Ja, dass ich langsam wieder an meine Grenzen komme. Aber... Wir werden weiterhin versuchen... Wir werden weiterhin versuchen... ...wann zu bleiben. Boah, Jin, Jin, Jin. Ja, das ist so ne Sache. Mal krieg ich den gut, mal krieg ich den gar nicht. Dann wartet der die ganze Zeit. Ja, ich bin auch ein bisschen unerfahren, was Jin die ganze Zeit angeht. Weil ich hab auch nicht alles erfahren. Aber da... Ja, da musst du halt durch, ne? Ist so. Alles klar. So. Dann wär's das mit der Session. Ja. Dann würd ich sagen... Ja. Wenn euch die Video gefallen hätten, dann lasst ein Like, dann... ...und den Kommentar. Und... Ja. Wenn euch nicht nur mein Fighting-Stage oder Darkhacken-Stage fehlt. Dann lasst mal bitte. Und wenn ihr das hier absolut nicht verpasst... Ja. Und ich würd sagen... Ich bin DK, das ist GameStage 5. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt... Polish Prime Minister.